Oh mein Gott, jemand hat hier drin eine Leiche versteckt. Schauen wir mal in seiner Tasche nach. Aha, sein Ausweis. Der Name lautet Petr Stasek. Wusste ich doch, dass man ihm nicht trauen kann. Wenigstens kenne ich jetzt den Mörder. Ich sehe hier nichts Nützliches. Falscher Schalter. Es muss der andere sein. Ich schalte ihn lieber ein. Er liefert Strom für die Lampen sowie alles andere im Lager. Der war's. Die Lichter draußen sind aus. Ich muss mir die Situation zunutze machen. Sofort. 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 Es kommt jemand. Ich werde mich unter dem Wohnwagen verstecken. Sofort. 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 Ein massives Stahlteil. Es gehört bestimmt zu einem Mechanismus. Was immer es auch war, jetzt ist es zerbrochen. Sie scheint nur locker in den Stützbalken zu stecken. Dieser Teil des Tunnelkomplexes ist überschwemmt worden. Es ist trübe und kalt. Auf der Oberfläche treibt viel Müll. Hier geht es bestimmt zum Hauptteil des Komplexes. Ich habe keine Ahnung, was darin ist. Und es interessiert mich auch nicht. Hier wurden wahrscheinlich Vorräte nach unten gehievt. Die Klappe ist allerdings fest verschlossen. 생时间 als Speicher ein. Die Klappe ist jetzt verbunden. Dann hat das Klappe Defense und die Klappe vet. Wie bon acho, ist es ganz schön, sind wir les гар pra entering. Also, wenn wir das Klappe sete der Klappe darf, Früher waren sie wahrscheinlich voll mit Diesel oder Öl, aber jetzt sind sie leer. Der Gang endet hier in einem Haufen eingestürzter Erde. Hier werde ich nicht durchkommen. Ich finde, dass ich die St rough breaker habe, die ich mit dem Schlech des Wurzels habe. Ich habe einen Abstand über die Stoff, der noch nicht in der Stoff. Ich habe einen Abstand. Ich werde hier auch einen Abstand mit der Stoff. Ich habe noch einmal schließlich schon die Stoff. Looking, dass ich heute schon eine Stoff habe. Ich habe viele Stoff. Ich habe einen Abstand mit dem Sperr aufgenommen. Ich habe hier schon die Stoff. Das Holz ist in der Mitte. Das Holz ist durchnässt und vermodert. Die Kisten fallen schon auseinander. Hier scheint etwas zu fehlen. Hier scheint etwas zu fehlen. Nur ein Haufen Erde. Es lag unter dem Dreck. 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 Dreck.